Freundinnen und Freunde der Sterne, die kosmischen Aufregungen reißen nicht ab. Im April ist Finsternissaison. Wir haben eine totale Sonnenfinsternis am 20. April, gefolgt von einer Mondfinsternis am 5. Mai. Außerdem wird Merkur rückläufig und Machtplanet Pluto sucht Wege, um mit unserem Bewusstsein zu kommunizieren. Ihr habt mir schon zurückgemeldet, dass ihr die Energien als krass und sehr kraftvoll empfindet und wie sich das alles auf euer Sternzeichen auswirkt, das erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. In diesem Beitrag geht es um die Tendenzen für den April 2023 für die 12 Sternzeichen. Die Timecodes, die euch jeweils zu eurem Zeichen führen, findet ihr in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes unter dem Horoskope-Shop. Bevor ihr da hinklickt, gebe ich euch aber noch ein paar wichtige Infos und ich habe auch diesen Monat wieder Geschenke für euch. Saturn ist in den Fischen angekommen und auch Pluto hat den ersten Schritt ins Zeichen Wassermann getan und pusht unsere Entwicklung Richtung Luftepoche. Und damit wir diese Energien in unserem Alltag verstehen und integrieren können, schenkt uns der Kosmos in diesem Monat einen besonders kraftvollen Neumond. Der ist zugleich auch eine Sonnenfinsternis und bildet einen starken Energieaspekt zu Pluto. Da öffnet sich sozusagen ein Tor zu den kosmischen Kräften der Zukunft und der Neumond channelt die Energien für alle, die sich darauf einlassen. Das passiert am 20. April und wir können uns zu diesem Neumond auf die Themen der neuen Zeit einschwingen. Weil es sich um eine Sonnenfinsternis handelt, wirkt der Neumond besonders stark und für bestimmte Geburtstagskinder wirkt er sogar lebensverändernd. Und zwar schon seit sechs Monaten und auch noch ein halbes Jahr danach. Darauf gehe ich gleich in den Sternzeichenhoroskopen näher ein. Merkt ihr denn schon was von Plutos Übergang in den Wassermann? Vor allem diejenigen, die in den allerersten Tagen der Zeichen Wassermann, Löwe, Stier und Skorpion Geburtstag haben, spüren die Kräfte des Wandels vielleicht schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das hier posten würdet, wie es euch damit geht. Aber auch für alle anderen wird es spannend. Wenn ihr wissen wollt, was der mächtige Pluto in eurem persönlichen Horoskop für Kräfte entfaltet, habe ich noch ein tolles neues Produkt dazu für euch entwickelt. Nämlich das große schriftliche Pluto-Horoskop, so transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen mit Pluto in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Gleich gehen wir noch die wichtigsten Konstellationen im April durch. Vorher habe ich aber noch ein Geschenk für euch, nämlich meine monatliche Verlosung. Diesmal gibt es unter meinen treuen und neuen Abonnentinnen und Abonnenten ein persönliches Venus-Horoskop zu gewinnen. Darin könnt ihr zum Beispiel nachlesen, wie die Venus im Sommer der Liebe für euch steht. Mehr zur Verlosung erfahrt ihr im Service-Teil am Ende des Videos und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, und aktiviert auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im März. Ein persönliches Geburts-Horoskop geht an Sonja Waldner, Zwillinge mit Aszendent Fische. Vielen Dank für dein nettes Feedback, liebe Sonja. Bitte schreib uns eine Mail mit deinen Geburtsdaten unter service-at-antonialangsdorf.com. Das siehst du hier auch eingeblendet, damit wir dir dein Horoskop zuschicken können. Und jetzt schauen wir uns noch die wichtigsten Konstellationen des Monats im Überblick an. Ich würde euch raten, trotz der Ostertage bis zum 20. April noch möglichst viel geschafft zu bekommen, denn danach wird der Merkur rückläufig und das führt ja immer zu Verzögerungen und Missverständnissen. Wir haben auch im April wieder mehrere wichtige Zeichenwechsel. Merkur geht am 3. April in den Stier und aktiviert dabei Pluto. Das ist eine Gelegenheit, über die Energien der neuen Zeit nachzudenken. Vielleicht werden wir auch durch Ereignisse im Außen dazu angeregt. Die Serie der Heiler-Konstellationen geht ebenfalls weiter. Die Sonne verbindet sich in der ersten Aprilwoche mit Heiler Chiron. Also alle, die in ihrem eigenen Leben oder ihren Beziehungen Dinge erkennen, die der Heilung bedürfen oder bereits in einem therapeutischen Prozess sind, haben hier nochmal die Gelegenheit, das mit dieser starken Energie zu vertiefen. Höhepunkt ist hier der Vollmond in der Waage am 6. April, bei dem sich Sonne und Mondin mit Chiron und Jupiter verbinden. Das kann ein sehr heilsamer Vollmond für unsere Beziehungen sein, vorausgesetzt wir öffnen uns dafür und gehen empathisch und liebevoll miteinander um. Dieser Vollmond am Donnerstag läutet dann die Karwoche ein und über die Ostertage schenkt uns der Kosmos recht angenehme und versöhnliche Aspekte. Bestehende Beziehungen können sich vertiefen und stabilisieren und der Zusammenhalt wird gefördert. Am 11. April geht die Venus in die Zwillinge und schenkt uns drei Wochen lang gute Impulse für liebevolle Gespräche und für alle Singles ist das eine tolle Zeit zum Flirten. Einen Glücksaspekt haben wir am 12. April, wenn Jupiter sich mit der Sonne verbindet. Das ist der Dienstag nach Ostern. Falls ihr dann wieder anfangt zu arbeiten, könnt ihr gleich was reißen. Wenn ihr an dem Tag eine Zusage bekommt, haltet sie am besten schriftlich fest, denn kurz darauf gibt es einen Ernüchterungsaspekt mit Saturn. Vielleicht ändert dann jemand seine Meinung und dann ist es gut, wenn ihr es schwarz auf weiß habt. In den Tagen rund um den 14. April kann auch Liebeskummer ein Thema sein. Menschen könnten unter mangelnder Wertschätzung leiden. Dagegen können wir was tun, indem wir auf Kritik verzichten und stattdessen auch die kleinen Dinge beachten und ansprechen, die gut laufen. Komplimente können in diesen Tagen Wunder wirken. Am 20. April haben wir dann eine große Ballung kosmischer Energien. Erstmal ist da der zweite Neumond des Jahres im Widder. Das ist morgens um 6.16 Uhr und zugleich eine Sonnenfinsternis. Sichtbar ist die zwar nur in der Gegend von Australien, aber der astrologischen Wirkung tut das keinen Abbruch. Wir können dann nochmal die Kräfte der Heilung anzapfen, die zu Vollmond aktiv waren. Nur vier Stunden später, um 10.13 Uhr, geht die Sonne in den Stier. Diese ganze Abfolge von Neumond zum Wechsel der Sonne in den Stier aktiviert Machtplanet Pluto und erzeugt starke Kräfte des Wandels. Die können auch ein bisschen erschütternd sein, weil es sich um einen harten Aspekt handelt. Dann werden wir mit der Nase drauf gestroßen, was wir transformieren müssen. Deswegen ist dieser besondere Tag auch eine Gelegenheit, nochmal in die Energie von Pluto im Wassermann hineinzuspüren, die unsere Zukunft der nächsten 20 Jahre beeinflussen wird. Und welche Themen das für die zwölf Sternzeichen jeweils bringt, das erfahrt ihr in meinem großen Video zu Pluto im Wassermann, die Macht der Freiheit. Da gehe ich ausführlich darauf ein, was der Transit für die zwölf Sternzeichen bedeutet. Es wird am Montag, den 27. März, online gehen. Eins ist noch ganz wichtig zu wissen. Dieser Neumond am 20. April ist nicht unbedingt geeignet, um in der Außenwelt große Projekte anzuschieben. Und zwar aus zwei Gründen. Zu dieser Sonnenfinsternis gehört eine Mondfinsternis, zwei Wochen später zu Vollmond am 5. Mai. Und die Zeit zwischen zwei Finsternissen sollte man lieber nutzen, um sich innerlich auf neue Entwicklungen einzustellen, statt im Außen neue Dinge in die Wege zu leiten. Außerdem wird am 21. April der Merkur rückläufig bis zum 15. Mai. Dann kann es sein, dass Entscheidungen nochmal revidiert werden oder uns wichtige Informationen für die Projekte fehlen. Trotzdem haben wir bis Ende des Monats noch eine Reihe von Aspekten, die uns bei der Arbeit Schwung geben und konstruktiv wirken. Heikle Tage für Persönliches sind allerdings um den 26. und 27. April. Da liegen Heilung und Verletzung dicht beieinander. Sogar mit gut gemeinten Versuchen, jemandem zu helfen, kann man dann ins Fettnäpfchen treten. Und die Menschen sind in diesen Tagen auch sehr empfindlich. Am besten also immer fragen oder empathisch zuhören, ob jemand gerade offen dafür ist, sich mit emotionalen Themen auseinanderzusetzen. Zum Tanz in den Mai sind die Konstellationen vielversprechend und Vorschläge, wie ihr dieses schöne lange Wochenende gestalten könnt, gibt es gleich in den Sternzeichenhoroskopen. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Und schaut euch auch ruhig das Zeichen eures Aszendenten an. Auch darin könnt ihr wertvolle Infos für euch finden. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Erkenntnisse und los geht's wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im April Geburtstag habt. Euch erwartet ein zweiter Neumond im Widder und der ist auch noch zugleich eine Sonnenfinsternis. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Der große neue Plutotransit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr startet kraftvoll in den Monat, denn die Sonne in eurem Zeichen spendet euch Vitalität und Lebensfreude. Falls ihr Geburtstag feiern wollt, wäre Samstag der 1. April perfekt dafür, dann steht die Mondin im Partyzeichen Löwe. Wichtig zu wissen ist für den April, dass Heiler Chiron stark aktiviert wird. Falls es in eurem Leben etwas zu heilen gibt, körperlich oder mental, solltet ihr euch damit befassen, denn ihr könnt einen Durchbruch erreichen. Entweder durch eine gute Behandlung oder indem ihr eine passende Ärztin oder einen Heiler findet. Ideal dafür ist dann der Vollmond auf der Achse Widder-Vage, denn er aktiviert Chiron und auch eure Beziehungsthemen. Das sieht nach einer Paartherapie aus. Jedenfalls bietet sich dieser Vollmond an, um über Heilungsthemen und Beziehungsthemen nachzudenken oder darüber, was ihr heilen müsst, um eine glückliche Partnerschaft zu führen. Beruflich kommt ihr vor allem in der ersten Monatshälfte sowohl arbeitsmäßig als auch finanziell gut voran. Merkt euch die Tage vom 8. bis 15. April, da habt ihr besonders gute Sterne, um wichtige Projekte anzuschieben oder darin Fortschritte zu machen. Allerdings fällt ja Ostern genau in diese Zeit. Wundert euch nicht, wenn ihr dann trotzdem Lust bekommt, trotz Feiertage noch an Konzepten zu arbeiten oder euch gedanklich mit eurem Fortkommen beschäftigt. Vielleicht seid ihr aber auch besonders effektiv darin, etwas Schönes gemeinsam mit der Familie über die Ostertage zu organisieren. Wenn ihr im Gesundheitsbereich arbeitet oder Beratungen gebt, seid ihr sehr inspiriert und habt fabelhafte Ideen, wie ihr anderen zur Heilung verhelfen könnt. Sehr aktiv ist auch das Finanzhaus eures Horoskops, wenn ihr eine wichtige Anschaffung tätigen oder Finanzverhandlungen führen wollt. Dann ist übrigens die Zeit bis zum 20. April dafür besonders günstig. Danach ist Zurückhaltung angesagt, weil der Merkur dann rückläufig wird. In der Liebe gibt es vielversprechende Tendenzen. Die Aspekte mit Chiron machen euch wahrscheinlich nachdenklich und reflektiert. Gleichzeitig wirkt ihr dank Jupiter besonders attraktiv und diese Mischung kommt an. Ab dem 11. April läuft die Venus in die Zwillinge und steht dann für drei Wochen günstig für gute Gespräche, zum Flirten und überhaupt, um mit netten Leuten schöne Dinge zu unternehmen. Der 20. April ist ein großer Tag für euch, denn dann haben wir um 6.16 Uhr den zweiten Neumond im Widder, der zugleich eine Sonnenfinsternis ist. Wenn ihr in der letzten Woche des Widderzeichens Geburtstag habt, stehen wahrscheinlich größere Veränderungen in eurem Leben an. Die können sowohl beruflicher Natur sein, vielleicht durch einen neuen Job, als auch im persönlichen Beziehungsleben. Oder ihr zieht um. Vielleicht sind die Veränderungen bereits im Gange. Vielleicht kommen sie doch auf euch zu, denn eine solche Finsternis wirkt noch bis zu sechs Monate vor und nach ihrem Auftreten. Ihr könnt die Neumond-Meditation nutzen, um da hinein zu spüren. Das gilt für alle Widder, denn für euch werden sich in den nächsten eineinhalb Jahren viele wichtige Entwicklungen ergeben und ihr werdet Vorbildcharakter haben, weil der Mondknoten ab Juli durch euer Zeichen läuft und euch in den Mittelpunkt rückt. Am gleichen Tag, am 20. April um 10.13 Uhr, verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in den Stier. Für die kommenden vier Wochen wird das Wertethema in eurem Leben besonders wichtig. Es kann um euren Besitz gehen, aber auch um euer Selbstwertgefühl. Was das Geld angeht, müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Denn vom 21. April bis zum 15. Mai wird der Merkur rückläufig und zwar bei euch im Geldhaus. Vertagt deshalb größere Anschaffungen möglichst auf die Zeit nach dieser Phase. Die Gefahr, ein Montagsprodukt zu erwerben, Betrügereien aufzusitzen oder das Kleingedruckte zu überlesen, ist in diesen Wochen besonders groß. Dennoch solltet ihr die Augen offen halten, falls ihr Leute kennenlernt, mit denen sich finanzielle Perspektiven ergeben. Ab Mitte Mai kann sich nämlich so eine Verbindung noch sehr günstig entwickeln. Die letzten Apriltage habt ihr schöne Sterne für euer soziales Leben. Allerdings kann es in der Familie zu Anspannungen kommen. Fühlt sich da vielleicht jemand vernachlässigt und drückt dann bei euch auf die Schuldknöpfe? Versucht, Verständnis dafür aufzubringen. Mit Geduld und Freundlichkeit und vielleicht der Hilfe eines Geschwisters könnt ihr das klären. Lasst euch auf jeden Fall nicht den Tanz in den Mai vermiesen. Da solltet ihr mit guten Freunden oder dem oder der Herz aller Liebsten auf die Rolle gehen. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im April Geburtstag habt. Spannende Entwicklungen erwarten euch in der Liebe und auch, falls ihr spirituell arbeitet. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch noch mein neuestes Horoskop empfehlen. Der große neue Pluto-Transit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Monats habt ihr gleich sehr aufregende Liebessterne. Ihr wirkt verführerisch und aufregend und in den ersten April-Tagen kann sogar der Liebesblitz einschlagen. Für Singles ist das super und daraus kann sogar was Ernstes werden, auch wenn es sehr plötzlich kommt. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, gebt ein bisschen auf euch und euren Partner Acht, dass ihr nicht aus Versehen fremd flirtet oder einfach spontan irgendeine Schote bringt, die den oder die Herzallerliebsten vor den Kopf stößt. Ein Tipp wäre, dass ihr euch mit guten Freunden besprecht, wenn ihr euch einer Sache nicht sicher seid, denn die behalten einen kühlen Kopf und haben verlässlichen Rat für euch. Euer Liebeshighlight geht bis zum 11. April und für eure festen Beziehungen habt ihr dann vom 5. bis 11. April eine besonders zärtliche Phase. Da könnt ihr euch neu in euren Partner verlieben und eure Beziehung kann sich vertiefen. Falls ihr spirituell arbeitet, wird der April sehr gehaltvoll, denn die Heilerkonstellation mit Jupiter und Chiron setzt sich fort und ihr seid sehr inspiriert, zum Beispiel wenn ihr mit spirituellen Heilmethoden arbeitet. Zu Vollmond am 6. April könnt ihr gut eine Heilungsmeditation durchführen und auch erkennen, welche Bereiche der Heilung bedürfen. Falls ihr euch überlegt, über die Ostertage ein bisschen was für euch selbst und eure innere und äußere Gesundheit zu tun, könnte das gut funktionieren. Beruflich spüren die allerersten April-Stiere vielleicht schon den Einfluss von Pluto, besonders in der Zeit vom 3. bis 6. April. Da könnten sich Anzeichen zeigen, dass ihr irgendwo kämpfen und euch einsetzen müsst oder dass vielleicht bei euch in der Firma Entscheidungen anstehen, die euch beeinflussen. Spürt da mal rein. Generell profitieren aber alle Stiergeborenen im April von günstigen Aspekten mit Mars und Saturn, die euch tüchtig und effektiv machen. Auch Meetings und finanzielle Verhandlungen laufen gut, besonders in der ersten Monatshälfte. Wenn ihr Gas gebt, könnt ihr vor Ostern noch einiges geschafft kriegen. Über die Ostertage könnte es ein bisschen Stress in der Familie geben. Nicht alle wollen sich an Pläne und Vorgaben halten, besonders die Töchter und Frauen in eurem Zuhause haben ihren eigenen Kopf. Oder seid ihr das selbst? Jedenfalls sind die Stiergeborenen zurzeit ziemlich spontan. Gut möglich auch, dass Freitag oder Samstag unerwarteter Besuch vor der Tür steht. Oder ihr wollt euch zurückziehen und Ostern ganz magisch und spirituell verbringen. Am besten, ihr lasst euch alle gegenseitig Freiraum und nehmt euch nicht zu viel vor. Zwischen dem 11. und 14. April müsst ihr möglicherweise eine wichtige und durchaus lukrative Finanzentscheidung treffen. Das Ganze könnte aber zulasten einer Freundschaft oder eines anderen wichtigen Businesskontakts gehen, zum Beispiel, weil ihr dort etwas einsparen müsst. Das solltet ihr dann gut abwägen. Bedenkt dabei bitte, dass der Merkur vom 21. April bis zum 15. Mai rückläufig ist und in der Zeit sind wichtige Entscheidungen natürlich nicht so günstig, nur wenn es gar nicht anders geht. In dem Fall müsst ihr das Kleingedruckte besonders sorgfältig lesen. Vorher passieren aber noch zwei super wichtige Sachen, und zwar beide am 20. April. Erstmal ist da morgens um 6.16 Uhr der zweite Neumond des Jahres im Widder zugleich eine Sonnenfinsternis. Und das spielt sich bei euch im Haus der Spiritualität und des Rückzugs ab und kann eine Chance sein, nochmal die spirituellen Kräfte der Heilung anzuzapfen, die in eurem Vollmond-Horoskop so aktiv waren. Nur vier Stunden später, um 10.13 Uhr, geht die Sonne in den Stier. Dabei aktiviert sie Machtplanet Pluto. Deswegen ist dieser besondere Tag auch eine Gelegenheit, in die Kräfte des Wandels hineinzuspüren, die Pluto euch in Zukunft bringen wird. Und das merken als erstes die Geborenen vom 20. und 21. April. Ihr alle habt während der Stierzeiten Mega-Konstellationen, seid vital, aufregend und spontan. In der letzten Aprilwoche könntet ihr außergewöhnliche, sogar lebensverändernde Kontakte bekommen und Verbindungen eingehen. Nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich oder persönlich. Deshalb tanzt nach Herzenslust in den Mai. Wenn ihr allerdings das Haus euren Töchtern oder Mitbewohnerinnen zum Feiern überlasst, könnte es dabei ziemlich wild zugehen. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fantastischen Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Der Monat beginnt für euch sehr gesellig. Und euer soziales Umfeld steht in der ersten Monatshälfte im Fokus. Perfekt für die Osterfeiertage. Mehr dazu gleich. Vorher möchte ich euch noch mein neuestes Horoskop empfehlen. Der große neue Pluto-Transit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Anfang April beleuchten die Sterne euren sozialen Bereich und hier gibt es tolle Energien, die unseren inneren Heiler Chiron in den Vordergrund stellen. Es kann durchaus sein, dass sich Freunde jetzt ratsuchend an euch wenden und ihr mit euren klugen Gedanken anderen dabei helft, Lösungen in schwierigen Situationen zu finden. Ein anderes Thema wäre auch, dass Freundschaften, die vielleicht in Schieflage geraten sind, jetzt wieder gute Impulse bekommen und man den Mut findet, auch Probleme anzusprechen. Freundschaften sind auch Beziehungen, in denen wir aneinander wachsen und uns entwickeln dürfen. Je ehrlicher ihr zu eurem sozialen Umfeld seid, desto leichter ist es für andere, das ebenfalls zu sein. Zum Vollmond am 6. April im harmonischen Zeichen Waage werdet ihr wahrscheinlich kreativ oder verspielt. Ihr habt super Energien für einen geselligen Abend mit Menschen, die eure Interessen teilen und mit denen ihr auf einer Wellenlänge liegt. Das passt perfekt zu euch, weil der Vollmond ja in die Karwoche fällt und ihr vielleicht sowieso im Urlaub seid. Oder ihr besucht Freunde, die weiter weg wohnen und die ihr länger nicht gesehen habt und unternehmt einen Ausflug in die Natur mit euren Lieblingsmenschen. Liebesgöttin Venus wechselt am 11. April in euer Zeichen und dann habt ihr eine großartige Phase, was eure Ausstrahlung und eure Beziehungen und auch eure Selbstliebe angeht. Den restlichen Monat wird sie euch mit Charme und Witz ausstatten. Die festliierten Zwillinge und die Zwillinge-Ascendenten profitieren hier genauso wie die Singles, die sich auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft befinden. Die positiven Energien wirken sich schwerpunktmäßig in eurem privaten Bereich aus. Gleichzeitig habt ihr eine kritische Phase bei euren Finanzen, genauer gesagt vom 12. bis zum 29. April. Eure Anstrengungen könnten sich in dieser Zeit nicht auszahlen und ihr solltet währenddessen keine Investitionen tätigen. Bedenkt dabei, dass der Merkur vom 21. April bis 15. Mai rückläufig ist. Also konzentriert euch lieber auf eure super Ausstrahlung und euer Privatleben und versucht die Arbeit auf das Notwendigste zu reduzieren. Von Investitionen raten die Sterne aktuell ab. Das Besondere in diesem Monat ist, dass der Neumond am 20. April im Widder stattfindet, direkt bevor die Sonne in den Stier wechselt. Also erstmal ist da morgens um 6.16 Uhr der zweite Neumond des Jahres im Widder, zugleich eine Sonnenfinsternis. Und das spielt sich bei euch im Haus der Freundschaften und Interessensgemeinschaften ab und kann eine Chance sein, nochmal die Energie eurer Gruppen und Freundschaften anzuzapfen, die zu Vollmond so betont wurde. Hier könnten sich dann Themen nochmal zeigen, die ihr bereits von der Zeit um den 21. März her kennt. Das war der erste Neumond im Widder. Schaut doch mal in eurem Kalender, was da so los war. Eine Sonnenfinsternis wirkt bis zu sechs Monate vor und nach ihrem Auftreten. Ihr könntet eine Neumond-Meditation super nutzen, um da hinein zu spüren und die Sterne raten euch dazu, euer soziales Leben auszuloten. Meisterschaftsplanet Saturn verbindet sich nämlich in der gleichen Zeit mit Kämpfer Mars und das wird euch beruflich sicher total einspannen. Achtet in der nächsten Zeit vermehrt auf eure Work-Life-Balance. Nur vier Stunden nach diesem kraftvollen Neumond am 20. April geht die Sonne in den Stier. Dabei aktiviert sie Machtplanet Pluto. Deswegen ist dieser besondere Tag auch eine Gelegenheit, in die Kräfte des Wandels hineinzuspüren, die Pluto euch in Zukunft bringen wird. Nun wird für die nächsten vier Wochen euer Bereich der Träume und Spiritualität aktiviert und es ist gut möglich, dass euch jetzt mehr der Sinn nach Rückzug steht. Erdung solltet ihr jetzt wörtlich nehmen. Verbringt mal einen Nachmittag alleine draußen und verbindet euch mit der Energie des Frühlings. Einen Tag später am 21. April wird, wie schon erwähnt, der Merkur rückläufig und weil er ja Herrscher eures Zeichens ist, spürt ihr das immer total intensiv. Kommunikation ist ja eins eurer Hauptthemen und das könnte sich die nächsten drei Wochen schwieriger gestalten als sonst. Wenn ihr merkt, dass jemand bloggt oder einem Projekt ins Stocken gerät, lasst es erstmal bleiben. Versucht nichts zu erzwingen. Mitte Mai geht's dann ganz von alleine wieder weiter. Zum Tanz in den Mai bietet sich für euch ein schamanisches Ritual ganz im Sinne der Walpurgisnacht an. Und wenn ihr könnt, reist zum Blocksberg. Das ist ein tolles Abenteuer. Genießt auf jeden Fall das lange Wochenende. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Mit Kampfplanet Mars an eurem Zeichen beginnt ihr den Monat vielleicht ungewohnt kämpferisch. Doch bevor wir uns das genauer ansehen, möchte ich euch noch ein wichtiges neues Horoskop empfehlen. Der große neue Pluto-Transit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Monats habt ihr vollen Fokus auf eure Berufung und eure Karriere. Falls ihr gerade total eingespannt seid, könnt ihr richtig was bewegen bis zum 20. Versucht, wichtige geschäftliche Termine oder Behördengänge in diese Zeit zu legen. Zum Vollmond am 6. April im Zeichen Waage kann es sein, dass sich eure Familie über euer Arbeitspensum beschwert und sich vernachlässigt fühlt. Und weil wir uns da schon mitten in der Karwoche befinden, wäre es gut für euch, den Laptop weitestgehend über die Feiertage auszulassen und euch um eure Liebsten zu kümmern. Das könnte sich aber als schwierig erweisen, denn ihr habt jetzt einfach super Zeiten für eure Karriere. Highlight ist hier zwischen dem 8. und bis zum 14. April. Ein Unterstützer oder eine Förderin könnte auf euch zukommen und euch Hilfe anbieten, um euch beruflich weiterzuentwickeln. Und das Angebot solltet ihr auf jeden Fall ernst nehmen. Redet über eure Ziele und Projekte, wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte und achtet auf Meetings oder Veranstaltungen, die sich ergeben. Wenn ihr eine Einladung erhaltet, unbedingt annehmen. Falls es privat Frust geben sollte, versucht eurer Familie einfach so gut wie möglich zu erklären, was los ist und macht ein Alternativangebot. Ostern könnt ihr nicht, aber zum nächsten Feiertag plant ihr vielleicht was Tolles. Powerplanet Mars hilft euch, für euch selbst einzustehen, auch wenn es für eure Familie vielleicht sehr ungewohnt ist, dass ihr euch nicht einfach fügt. Liebesgöttin Venus wechselt am 11. April in die Zwillinge. Das ist euer Bereich des Rückzugs. Das könnte euch ein bisschen verschlossener und introvertierter als sonst machen. Gebt gut auf euch selbst und eure Bedürfnisse acht. Ihr habt nun eine kritische Phase in der Liebe zwischen dem 18. und dem 29. April. Da fühlt ihr euch durch Mars schneller angegriffen. Und zwar nicht nur in eurem privaten, sondern auch in eurem beruflichen Bereich. Die 90-Sekunden-Regel kann euch hier super helfen, wieder runterzukommen und in eurer Mitte zu bleiben. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung und den Shownotes. Andererseits versprechen Treffen und Zusammenkünfte mit euren Freunden einiges an Spaß und Entspannung. Falls es wirklich zu Unstimmigkeiten kommen sollte, haben die bestimmt ein Ohr für euch. Am 20. April haben wir morgens um 6.16 Uhr den zweiten Neumond des Jahres im Widder, der zugleich eine Sonnenfinsternis ist und deshalb super stark wirkt. Ihr könnt die Neumond-Meditation dafür nutzen, um euch mit eurer Berufung und eurem Lebenskurs zu beschäftigen. Folgt ihr bereits eurem Seelenweg? Es könnten sich dann Themen nochmal zeigen, die ihr bereits von der Zeit um den 21. März her kennt. Schaut doch mal in eurem Kalender, was da so los war bei euch. Nur vier Stunden später, am 20. April um 10.13 Uhr, geht die Sonne in den Stier. Dabei aktiviert sie Machtplanet Pluto. Deswegen ist dieser besondere Tag auch eine Gelegenheit, in die Kräfte des Wandels hineinzuspüren, die Pluto euch in Zukunft bringen wird. Eure Liebesgefühle scheinen sich bis Ende des Monats in der Frühjahrsmüdigkeit zu befinden. Ihr müsst wohl erst zu euch selbst finden, bevor ihr euch für eine Liebeserfahrung öffnen könnt. Liierte Krebse haben vielleicht auch einfach Lust, sich gemeinsam mit ihrem Herzallerliebsten ein bisschen zurückzuziehen und es sich gemütlich zu machen. Falls ihr wirklich durch Mars in eurem Zeichen gereizter Stimmung seid, kann auch Sport helfen. Wenn ihr die Möglichkeit zum Schwimmen hättet, wäre das wunderbar. Alternativ funktionieren auch Kneippkuren gut. Wasser ist für euch immer eine super Möglichkeit, um euch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Vom 21. April bis zum 15. Mai wird Kommunikationsplanet Merkur rückläufig und das könnte in eurem sozialen Umfeld für Missverständnisse sorgen. Plant deswegen für Verabredungen und Termine etwas mehr Zeit ein und versichert euch, ob auch alle die gleiche Zeit und den gleichen Ort notiert haben. Der Mars in eurem Zeichen kann euch ungeduldig machen. Fühlt euch durch ein Missverständnis nicht gleich persönlich angegriffen. Wahrscheinlich war es nicht böse gemeint. Das ist auf jeden Fall kein Grund, sich komplett zurückzuziehen. Schon gar nicht zum Tanz in den Mai. Denn an dem langen Wochenende habt ihr sehr schöne Sterne für gesellige Momente und könnt eine super Zeit mit Menschen verbringen, die die gleichen Interessen haben wie ihr. Vor allem die Spirituellen. Manche von euch verspüren aber auch das Bedürfnis nach Stille und Rückzug. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Mit viel Power, Energie und Reiselust geht es für euch in den April. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch noch mein neuestes Horoskop ans Herz legen. Der große neue Pluto-Transit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Den Monatsbeginn solltet ihr möglichst dazu nutzen, um eine berufliche Weiterbildung oder zusätzliche Qualifikation mit eurem Chef zu besprechen. Die Zeit vor den Osterferien bietet sich hierzu noch super an, um Unterstützung zu erhalten in Form von finanzieller Beteiligung oder auch firmeninternen Kursen. Beruflich werdet ihr den Monat wahrscheinlich stark gefordert sein. Wenn ihr euren Vorgesetzten neben einer Anfrage für eine Kostenübernahme gleich auch noch eure tollen neuen Ideen und Projektvorschläge mitteilen könnt, dann ist das eine Win-Win-Situation und ihr startet mit bester Laune in die Feiertage. Der Vollmond am 6. April findet im Zeichen Waage statt und aktiviert hier eure kommunikative Art, aber auch den Wunsch, etwas Neues zu lernen. Weil wir uns mitten in der Karwoche befinden, könnte es auch sein, dass ihr schon im Osterurlaub seid und entspannt Zugang zu neuen Themen oder Interessensgebieten findet. Heiler Planet Chiron ist den ganzen Monat über aktiv und ihr könntet auf euren Reisen mit Erfahrungen konfrontiert werden, die euch vielleicht auch triggern. Aber solche Situationen sind super, um neue Blickwinkel zu sehen und zu erkennen, wo ihr eure Löwe-Energie einsetzen könnt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ihr habt viel Power und solltet die auch dazu nutzen, um größere Zusammenhänge zu erkennen. Harmonie und Balance sind die Themen dieses Vollmonds. Es könnte sein, dass ihr zu Ostern mit Ungerechtigkeit und Ungleichgewicht konfrontiert werdet und euch gleich einsetzt, um hier etwas zu verbessern. In der Liebe habt ihr zwischen dem 11. und dem 30. April eine super Phase, wenn Liebesgöttin Venus in die Zwillinge wechselt. Ihr habt viel Spaß mit Freunden und Bekannten und Interessengemeinschaften. Fröhliche Zeiten haben wohl alle Löwen und Löwe-Aszendenten, Aber gerade für die Singles, die auf der Suche sind, könnten sich über Freundeskreise oder ehrenamtliche Arbeit tolle Kontakte ergeben. Ein Flirt kann auch aus ganz unerwarteten Situationen heraus entstehen. Auch auf beruflicher Ebene können sich gute Kontakte für eure Geschäftsbeziehungen entwickeln, gerade wenn ihr im Verkauf oder im Außendienst tätig seid. Ihr seid besonders charmant und redegewandt und das merkt euer Gegenüber schnell. Besondere kosmische Energien haben wir dann zum 20. April. Morgens um 6.16 Uhr ist eine Sonnenfinsternis, zugleich der zweite Neumond des Jahres im Widder. Hier können sich nochmal Themen zeigen, die ihr bereits von der Zeit um den 21. März her kennt. Denkt doch mal drüber nach, was da für euch wichtig war oder wen ihr da getroffen habt. Das Thema könnte sein, eure Interessensgebiete zu erweitern. Darüber könnt ihr zum Neumond meditieren. Wenn euch Reisen zu viel ist oder ihr jetzt einfach nicht weg könnt, dann seht euch doch mal eure Heimatstadt mit neuen Augen an, mit den Augen von Touristen. Vielleicht gibt es bei euch vor der Tür ein Wahrzeichen, was ihr noch nie erkundet habt. Auch schön für die Neugier auf Horizonterweiterung, mit eurem Schatz oder guten Freunden gemeinsam kochen und neue exotische Rezepte ausprobieren. Neue Erfahrungen tun euch einfach gut und ihr fühlt euch belebt und voller Energie. Nur vier Stunden nach dem Neumond am 20. April um genau 10.13 Uhr geht die Sonne in den Stier und dabei aktiviert sie Machtplanet Pluto. Das ist sehr wichtig für euch, besonders wenn ihr am 22. oder 23. Juli Geburtstag habt. Dann könnt ihr wahrscheinlich schon die Wirkung des Plutotransits wahrnehmen. Vielleicht durch eine intensive Begegnung mit jemandem, die zugleich auch sehr fordernd ist. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video zu Pluto im Wassermann, das am 27. März online geht. Für alle Löwen gilt, dass es nun wieder etwas ernster wird. Karriere und Berufung stehen in den nächsten vier Wochen im Fokus eurer Aufmerksamkeit. Dabei müsst ihr allerdings beachten, dass Merkur vom 21. April bis 15. Mai rückläufig wird. Projekte können während der Zeit aufgrund von Fehlinformationen oder Missverständnissen ins Stocken geraten. Nehmt es nicht persönlich, wenn euer Chef in dieser Phase wenig oder gar keine Zeit für euch haben sollte oder der Ton unerwartet kühl ist. Wichtige Gespräche mit Autoritäten oder Kunden solltet ihr, falls möglich, nicht mehr im April führen, sondern auf die zweite Mai-Hälfte verlegen. Genießt auf jeden Fall das lange Wochenende zum Tanz in den Mai mit euren Freunden oder eurer Familie. Die Sterne fördern Geselligkeit und machen Lust darauf, mit netten Leuten oder einem Flirt prickelnde Stunden zu verbringen. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Der Monat beginnt für euch mit viel Fernweh, aber Verpflichtungen könnten euch vorerst noch in die Quere kommen. Bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich noch einen wichtigen Horoskop-Tipp für euch. Der große neue Pluto-Transit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Habt ihr eure Koffer schon für die Ostertage gepackt? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr euch auf eine Pause vom Alltag richtig freut. Aber bevor ihr euch aufmachen könnt, müsst ihr euch vielleicht noch mit Verträgen und Verbindlichkeiten herumschlagen. Aber schaut, dass ihr alle Pflichten so früh wie möglich im Monat abgehandelt bekommt. Umso besser ist es für euch. Der Vollmond am 6. April im Zeichen Waage aktiviert euer Wertesystem. Und hier geht es dann um das, was ihr euch selbst wert seid oder wo die Prioritäten in eurem Leben liegen. Dabei ist Geld nur ein Faktor von vielen. Es kommt auch auf den inneren Reichtum an und auf den sorgfältigen Umgang mit den eigenen Ressourcen. Aber darin seid ihr ja Spezialisten. Vielleicht werdet ihr auch dazu aufgefordert, euch von etwas zu trennen, was mal wertvoll für euch war, aber was ihr jetzt loslassen müsst. Die Energie könnte auch zu einem gründlichen Frühjahrsputz motivieren. Und ausmisten macht euch jetzt richtig Spaß. Probiert es mal. Liebesgöttin Venus wechselt am 11. April in die Zwillinge und schenkt euch gute Tendenzen für euren Beruf und eure Berufung. Vielleicht macht ihr jetzt wichtige Bekanntschaften im Job, die euch weiterhelfen. Alle Singles, die auf der Suche sind, könnten sich jetzt im beruflichen Umfeld auf einen Flirt einlassen. Vielleicht hat ein Lieferant jemand Neues in seinem Team oder ihr macht in der Nachbarabteilung interessante Bekanntschaften. Aber auch Festliierte können sich über entspannte Stimmung in der Arbeit und gute Gespräche mit Kolleginnen oder Kunden freuen. Die Zeit nach Ostern, besonders vom 12. bis 17. April, könnte anstrengend am Arbeitsplatz werden. Ihr habt einen vollen Schreibtisch, weil sich über die Feiertage so einiges angesammelt hat und könntet problemlos Doppelschichten schieben. Das gefällt allerdings eurem Schatz nicht unbedingt. Es kann sogar sein, dass Partner oder Partnerinnen sich benachteiligt fühlen und euch unter Druck setzen, zum Beispiel wegen der Freizeitgestaltung, aber auch, wenn es um gemeinsame Projekte oder Anschaffungen geht. Versucht, Entscheidungen und Diskussionen möglichst auf die Zeit nach dem 18. April zu schieben. Gerade was die Feiertage angeht, werdet ihr sicher Kompromisse finden müssen, aber mit klugen Argumenten und einem gut durchdachten Zeitplan werdet ihr das sicher für alle befriedigend hinbekommen. Um 6.16 Uhr am 20. April haben wir dann den zweiten Neumond des Jahres im Widder und der ist zugleich eine Sonnenfinsternis. Die Finsternis kann bis zu sechs Monate vorher oder nachher wirken, also achtet mal drauf, wie es euch so geht. Und wisst ihr noch, was am 21. März bei euch los war? Da hatten wir auch schon einen Neumond im Widder. Themen, die für euch vielleicht eher ein Tabu sind, können jetzt in euren Fokus rücken. Gibt es etwas, was ihr euch selbst verbietet oder an euch ablehnt? Solche inneren Tabus, zum Beispiel rund um Sexualität oder Glaubensmuster, könnten jetzt an die Oberfläche kommen, weil sie integriert werden wollen. In der Psychologie spricht man von den inneren Kellerkindern, Anteile an uns selbst, die wir nicht sehen wollen. Die mächtige Sonnenfinsternis im mutigen Zeichen Widder kann euch jetzt die innerliche Kraft geben, um euch mit genau solchen Themen, vielleicht in einer Neumond-Meditation, zu beschäftigen. Nur vier Stunden später, am 20. April um 10.13 Uhr, geht die Sonne in den Stier und aktiviert dabei Machtplanet Pluto. Das weckt in den kommenden vier Wochen eure Neugier und ihr habt Lust, euch mit gehaltvollen Themen zu beschäftigen und euren Horizont zu erweitern. Zusätzlich wird vom 21. April bis zum 15. Mai der Merkur rückläufig. Das ist günstig für innerliche Prozesse und regt zum Nachdenken und Forschen an. Im Außen kann es allerdings zu den üblichen Verzögerungen und Missverständnissen kommen. Plant deshalb, wenn ihr verreisen wollt, mehr Zeit ein, damit ihr keinen Anschluss verpasst. Das beruhigt euch dann total. Auch Anschaffungen solltet ihr gut überdenken und am besten auf die Zeit nach Mitte Mai vertagen. Am langen Tanz in den Mai-Wochenende solltet ihr ein bisschen Zeit für Wellness und Entspannung für euch selbst einplanen. Vielleicht habt ihr am Sonntag einen kleinen Durchhänger, aber wenn ihr eingeladen werdet, geht hin. Beim Feiern kommt der Spaß. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vage-Geborenen und Vage-Aszendenten. Beziehungsthemen sind auch im April für euch großgeschrieben und das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher möchte ich euch noch mein neuestes Horoskop empfehlen. Der große neue Pluto-Transit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr startet in den Monat mit viel kosmischer Energie im Partnerschaftsbereich, sowohl was neue Begegnungen anbetrifft als auch für eure festen Beziehungen. Wahrscheinlich seid ihr sehr gefragt und bekommt viele Einladungen. Der Vollmond in der Waage am 6. April betont eure Beziehungsachse und auch das Thema Heilung. Vielleicht wird euch nun ein toxisches Beziehungsmuster bewusst oder ihr erhaltet die Chance, hier etwas zu heilen. Dafür könnt ihr die Vollmond-Meditation sehr gut nutzen. Auch beruflich können Aktivitäten von anderen ausgehen, die euch Projekte vorschlagen und euch mit Anfragen überhäufen. Bei all dem wird es nicht einfach für euch sein, Zeit für euch selbst zu finden oder Dinge auf den Weg zu bringen, die euch persönlich betreffen. Mein Tipp wäre, dass ihr die Zeit bis Ostern noch nutzt, um beruflich voranzukommen, denn ihr habt sehr produktive Aspekte. Dafür lohnt sich auch ein bisschen Anstrengung. Einige von euch werden wahrscheinlich sogar an den Ostertagen beruflich im Einsatz sein. Und zwar, wenn sie gar nicht frei bekommen oder wer selbstständig ist und sich um neue Aufträge kümmern muss. Doch viele von euch werden über Ostern auch etwas mit ihren Lieben unternehmen, denn eure Herzensmenschen wollen unbedingt Zeit mit euch verbringen. Bei den Singles haben vor allem die Waage Damen große Chancen, auf attraktive und gestandene Verehrer zu treffen, die ihnen wirklich gefallen, und zwar den ganzen Monat über. Wenn ihr fest liiert seid, würden die Sterne gut stehen, um mit eurem Schatz zu Ostern etwas Außergewöhnliches zu unternehmen oder zu verreisen. Falls ihr mit eurem Herzensmenschen beruflich zu tun habt, werdet ihr Anfang des Monats einträchtig und konstruktiv zusammenarbeiten. Ab dem 11. April geht die Venus für drei Wochen in die Zwillinge und bildet superschöne Aspekte zu euch. Ihr habt dann ein Highlight bis zum 22. April, um den Glauben an eure Beziehung und eure Liebe zu stärken. Schaut, dass ihr in der Zeit eure gemeinsamen Interessen pflegt und vielleicht auch etwas Neues lernt und euch viel darüber austauscht. Möglich auch, dass eine Freundin aus dem Ausland zu Besuch kommt und schöne Anregungen mitbringt oder ihr gemeinsam verreist. Wermutstropfen kann nur sein, dass ihr aufgrund beruflicher Anforderungen nicht genug Zeit für die Liebe habt. Sehr wichtig für euch ist der Neumond am 20. April, der zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist. Vor allem, wenn ihr vom 19. bis 23. Oktober Geburtstag habt, können größere Veränderungen in eurem Leben auftreten. In der Arbeit, der Wohnsituation, in der Familie oder auch im Hinblick auf eure Gesundheit. Die Sonnenfinsternis bringt auch Pluto ins Spiel. Das deutet auf eine tiefe Transformationserfahrung hin und dafür müsst ihr von etwas loslassen. Das ist aber wichtig für euer seelisches und körperliches Wohlbefinden. Diese großen Veränderungen können bereits im Gange sein oder noch bis zu sechs Monate nach dieser Sonnenfinsternis auftreten. Und da solltet ihr in der Neumond-Meditation mal reinspüren. Es ist auch ein wichtiger Beziehungsneumond für alle vage Geborenen, denn bedeutende Veränderungen werden in den kommenden eineinhalb Jahren durch private wie berufliche Partnerschaften in euer Leben getragen. Nur wenige Stunden nach dem Neumond am 20. April geht die Sonne ins Zeichen Stier und aktiviert dann für vier Wochen eure festen Beziehungen und Verbindlichkeiten. Hier wird tags darauf der Merkur rückläufig, also vom 21. April bis zum 15. Mai. In der Zeit solltet ihr mit neuen Projekten oder Neuanschaffungen vorsichtig sein. Das ist auch keine günstige Zeit, um Versicherungen abzuschließen oder Gespräche mit der Bank wegen eines Kredits zu führen. Auf der anderen Seite scheinen sich gerade in diesen Wochen spannende neue Möglichkeiten mit privaten Partnern oder Finanzpartnern zu ergeben. Möglich ist auch, dass ihr etwas erbt oder eine Ausschüttung bekommt, aber dann fehlen vielleicht noch wichtige Informationen, ehe ihr den vollen Überblick habt. Mein Tipp wäre, bis Mitte Mai abzuwarten, ehe ihr etwas unterschreibt oder beginnt, was größere Konsequenzen hat. Bis Ende des Monats könntet ihr nun beruflich unter Stress stehen. Und wenn ihr versucht, darüber zu reden, hat womöglich euer Schatz eigene Probleme und kann euch nicht richtig zuhören. Außerdem drohen Missverständnisse. Versucht, Berufliches von Privaten zu trennen und nehmt den Stress nicht mit nach Hause. Betont lieber die Dinge, die ihr aneinander mögt und die euch gemeinsam Spaß machen. Lenkt euch ab und geht aus. Zum Tanz in den Mai ist Liebesgöttin Venus auf eurer Seite und ihr werdet bestimmt Spaß haben. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten. Wenn ihr noch Single seid, haltet die Augen offen. Ihr könntet euch mächtig verlieben diesen Monat. Und den Liierten schenkt euer Venus zärtliche Momente. Mehr dazu gleich. Vorher möchte ich euch noch mein neues Dyshoroskop ans Herz legen. Der große neue Plutotransit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im April sind die Themen Partnerschaft und Gesundheit für euch großgeschrieben. Im Job habt ihr viel zu tun und könnt Probleme lösen oder es beschäftigt euch ein Gesundheitsthema. Möglicherweise hängt auch beides miteinander zusammen. Vielleicht wollt ihr eure Arbeitsumgebung so gestalten, dass sie euch gesundheitlich zuträglicher ist. Oder ihr kümmert euch um eure Fitness, sodass ihr eure Arbeitsaufgaben schwummvoll bewältigen könnt. Gerade zu Beginn des Monats erhaltet ihr dabei Unterstützung durch weibliche Vorgesetzte. Sucht deshalb ruhig das Gespräch. Man ist offen für eure Vorschläge, von denen vielleicht auch die übrigen Kolleginnen und Kollegen profitieren können. Diese ganze Entwicklung begann mit dem Neumond am 21. März zu Frühlingsanfang und zu Vollmond in der Waage am 6. April könnt ihr neue Eingebungen und Erkenntnisse dazu bekommen. Er eignet sich ganz wunderbar für eine Heilungsmeditation. Das andere große Thema in eurem Leben ist Partnerschaft. Wenn ihr Single seid, könnt ihr euch ganz plötzlich verlieben und zwar in jemanden, der so gar nicht in euer sonstiges Beuteschema passt. Könnte aber sehr interessant sein und vielleicht sogar eine Schicksalsbegegnung, aus der sich etwas Ernstes entwickelt. Haltet mal am Wochenende vom 8. und 9. April die Augen offen. Da kann sich spontan etwas ergeben, sogar wenn ihr eigentlich vorhabt, mit der Familie Ostern zu feiern. Für die Festliierten läuft es gut. Ihr werdet Spaß daran haben, gemeinsam mit euren Lieben alle Osterideen wie geplant durchzuziehen. Am 11. April geht die Venus in die Zwillinge und aktiviert für drei Wochen den Bereich eurer verbindlichen Beziehungen und auch Finanzpartnerschaften. Bis zum 17. April müsst ihr dann aufpassen, es drohen Konflikte ums Geld. Bevor ihr eine größere gemeinsame Anschaffung tätigt, setzt euch nochmal in Ruhe zusammen und sprecht darüber, inwiefern ihr das wirklich beide wollt. Eventuell müsst ihr auch Geld für euren Nachwuchs locker machen und dadurch kommt ihr dann mit eurem eigenen Budget nicht klar. Da gibt es nur eins, ausdiskutieren, bis ihr eine Lösung findet. Anfang Mai scheint übrigens Geld hereinzukommen. Ab dem 20. April kommt ein neuer Energieschub in euer Leben. Dann haben wir den zweiten Neumond des Jahres im Widder, der zugleich eine Sonnenfinsternis ist. Und der pusht nochmal eure Gesundheits- und Arbeitsthemen vom Vollmond. Und nur ein paar Stunden später wechselt die Sonne in den Stier und damit in euer Partnerhaus. Sie aktiviert dann für vier Wochen alle Beziehungs- und Liebesthemen, die euch jetzt wichtig sind. Falls ihr weiterhin Single auf der Suche seid, könnt ihr in den letzten zehn Tagen des Monats tatsächlich jemanden treffen, der sich als profunder Partner erweist. Aber auch wenn ihr nicht auf Partnersuche seid, könnt ihr nun jemanden begegnen, mit dem ihr zum Beispiel geschäftlich etwas machen könnt, wonach ihr schon lange gesucht hattet. Jedenfalls ist es eine äußerst wichtige Sache. Und obwohl am Anfang nicht alles klar zu sein scheint, solltet ihr eurem Herzen bzw. eurer Intuition folgen, wenn ihr merkt, dass ihr mit der Person eine deutliche Resonanz habt. Man muss ja nicht gleich alles überstürzen. Zumal am 21. April der Merkur für drei Wochen rückläufig wird, also bis zum 15. Mai und das bei euch im Partnerhaus. Da kann es erstmal zu Missverständnissen kommen oder vielleicht macht auch jemand einen Rückzieher, aber da solltet ihr ganz entspannt bleiben. Wenn es wirklich wichtig ist, werdet ihr die Person nicht aus den Augen verlieren. Achtet auch darauf, dass ihr euch bei Verabredungen nicht missversteht und beide den richtigen Ort und die richtige Zeit sorgfältig notieren. Solltet ihr am 23. oder 24. Oktober Geburtstag haben, könnte es in der Zeit rund um den Neumond zu Spannungen kommen, vielleicht weil eine Familienverpflichtung euch davon abhält, eurem Herzen zu folgen. Setzt man euch da seitens der Familie unter Druck? Steckt vielleicht ein Familiengeheimnis dahinter? Das solltet ihr ernst nehmen und vielleicht zu Neumond ergründen, denn das könnte mit dem neuen Plutotransit zu tun haben und daher längerfristig wirken. Und mehr zu diesem wichtigen Thema erfahrt ihr in meinem großen Video Die Macht der Freiheit ab dem 27. März. Da geht es darum, wie der Plutotransit für die zwölf Sternzeichen wirkt. Davon abgesehen habt ihr bis zum Monatsende ein schönes Sozialleben. Falls ihr Lust und die Möglichkeit zum Tanz in den Mai habt, solltet ihr unbedingt losziehen und euch amüsieren. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Im April seid ihr wahre Energiebündel und habt Lust, nach draußen zu gehen. Das und mehr schauen wir uns gleich an. Vorher möchte ich euch noch mein neuestes Horoskop vorstellen. Der große neue Plutotransit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Monat beginnt für euch mit viel kreativer Energie und Lust auf Bewegung. Die Widdersonne motiviert euch zum Sport und ihr habt Lust, in der Natur, auch mit eurem Nachwuchs oder jüngeren Menschen rauszugehen und euch auszutoben. Das tut euch richtig gut. Unser innerer heiler Chiron ist im April stark aktiviert und für euch können sich Themen mit euren Kindern oder Geschwistern zeigen, mit denen ihr euch befassen solltet. Ein Durchbruch in einer verzwickten Situation ist jetzt gut möglich. Die Mondin schickt nämlich zum 6. April viel versöhnliche Energie. Dann haben wir den Vollmond im Zeichen Waage und hier könnte dem einen oder anderen bewusst werden, dass Ego-Spielchen und Alleingänge einen schneller in eine Sackgasse befördern, als einem lieb ist. Falls ihr auf jemanden zugehen wollt, wäre die Vollmond-Energie super dafür geeignet, hier den ersten Schritt zu machen oder zumindest darüber zu meditieren. Der Vollmond fällt ja auch in die Karwoche und ein harmonisches Osterfest mit einem tollen Ausflug in die Natur und kann euch dabei helfen, euch mit euch selbst zu verbinden oder um heilsame Gespräche mit euren Liebsten zu führen. Zwischen dem 11. April und dem 7. Mai habt ihr eine schöne Phase in der Liebe. Denn Liebesgöttin Venus wechselt dann in euer Partnerhaus und euer Kalender wird voll sein von lauter Einladungen, Events und Veranstaltungen. Für die Liierten unter euch ist es eine super Zeit, um verspielte Stunden mit angeregten Gesprächen zu verbringen und wie am ersten Tag mit dem oder der Liebsten zu flirten. Und für alle Singles, die auf der Suche sind, ergeben sich wunderbare Gelegenheiten zum Anwandeln. Auch Festliierte machen Kontakte, die sich im privaten oder beruflichen Bereich als nützlich erweisen können. Denn die Energie von Venus hilft euch auch in der Arbeit, mit den richtigen Menschen zu reden und Projekte voranzubringen. Ein Wermutstropfen in dieser Zeit könnten allerdings private Verpflichtungen in eurer Familie sein, besonders in der Zeit bis zum 17. April. Auch was eure Finanzen angeht, solltet ihr ab dem 11. und bis zum Monatsende besonders vorsichtig sein. Ausgaben, für die ihr euch Geld leihen müsst, sind kritisch zu sehen. Auch wenn ihr Hilfe aus dem Freundeskreis angeboten bekommt, könnte das auf die Dauer für Schwierigkeiten sorgen. Also wägt gut ab, was hier wichtig ist. Zusätzlich wird Kommunikationsplanet Merkur vom 21. April bis zum 15. Mai rückläufig, was Absprachen kompliziert machen kann. Besondere Vorsicht kann hier also nicht schaden. Versucht, wenn es geht, wichtige Termine vor oder nach dieser Zeit abzuhandeln. Am 20. April passieren viele Sachen auf einmal. Um 6.16 Uhr haben wir den zweiten Neumond des Jahres im Widder und die Sonne wechselt nur wenige Stunden später in den Stier. Und der Neumond ist außerdem auch eine Sonnenfinsternis. Und diese Energie ist super intensiv. Was war denn rund um den 21. März bei euch so los? Diese Themen könnten sich hier nochmal zeigen. Der Neumond wirkt bis in den Oktober hinein, also sechs Monate. Vielleicht küsst euch die Muse und ihr beginnt ein kreatives Projekt. Eine Neumond-Meditation wäre hier eine super Sache, um Inspirationen zu erhalten. Zur selben Zeit aktiviert die Stier-Sonne Mystiker Pluto und die ersten November-Schützen könnten die Energie jetzt schon spüren. Mehr zu den Themen, die da bei euch aktiviert werden, erfahrt ihr in meinem Video Die Macht der Freiheit über Pluto im Wassermann. Wie bereits erwähnt, wird tags darauf Kommunikationsplanet Merkur rückläufig und ihr solltet damit rechnen, dass eure täglichen Routinen und Abläufe bis zum 15. Mai anders funktionieren als gewohnt. Vielleicht wird eine Straße gesperrt und ihr müsst einen anderen Weg zur Arbeit nehmen. Oder ihr probiert einen neuen Ernährungstrend aus, der aber mehr Vorbereitung benötigt als sonst. In eurem Joballtag könnte es jetzt zu mehr Herausforderungen kommen und in den nächsten drei Wochen ist es ratsam, ein bisschen mehr Geduld und Umsicht am Arbeitsplatz walten zu lassen. Ein disziplinierter Umgang im Alltag und ein gutes Sportprogramm helfen euch dabei, in eurer Mitte zu bleiben. Zum Tanz in den Mai könnte es sein, dass ihr ein entspanntes Wanderwoche einer vollen Disco vorzieht. Doch wenn ihr eine Einladung bekommt, geht ruhig hin. Mit Venus im Partnerhaus werdet ihr bestimmt viel Spaß beim Feiern und Flirten haben. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Habt ihr über Ostern Familienpläne? Sieht ganz danach aus. Aber auch eure kreative Ader ist geweckt. Bevor wir uns das anschauen, möchte ich euch noch mein neuestes Horoskop empfehlen. Der große neue Plutotransit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr startet mit einer schönen sozialen Phase in den Monat und solltet euch Zeit für Vergnügen, Erotik und Kreativität nehmen. Singles haben den ganzen Monat über bemerkenswerte Sterne, um eine heiße neue Liebelei anzufangen. Und da kann sogar was Ernstes draus werden. Wenn ihr fest liiert seid, probiert doch mal neue Spielarten der Lust und Erotik aus. Ihr habt eine besonders kreative Phase bis zum 11. April und das solltet ihr mit eurem Schatz teilen. Auch falls ihr zu Ostern eine Auszeit zu zweit geplant habt, dürfte das ein voller Erfolg werden. Beruflich könnt ihr auch erfolgreich sein, vor allem wenn ihr kreativ oder selbstbestimmt arbeitet, kommt ihr mit wichtigen Projekten gut voran. Jedoch zeigen die Sterne auch, dass ihr familiär gebraucht werdet. Es bietet sich an, dass ihr euch Ostern um die Familie kümmert. Ein Mitglied könnte besonderer Zuwendung bedürfen und würde sich sehr freuen, wenn ihr vor Ort wärt. Wenn ihr euren Spaß und persönliche Projekte vorübergehend hinten anstellt und euch kümmert, wird euch das mit viel Sinn erfüllen und große Dankbarkeit ist euch gewiss. Der Vollmond vor Ostern am 6. April aktiviert den familiären Bereich eures Horoskops, zugleich aber auch euer Karrierehaus. Gut möglich, dass ihr in einer Vollmond-Meditation darüber nachdenkt, wie wichtig euch trotz eurem Ehrgeiz eure familiären Wurzeln sind. Also mir geht es jedenfalls so. Je älter ich werde, desto wichtiger wird mir die Familie und ich sehe das auch bei vielen anderen Steinbock-Geborenen. Direkt nach Ostern am 11. April geht die Venus in die Zwillinge und schenkt euch bis zum 7. Mai eine Wohlfühlphase im Job. Jetzt habt ihr guten Kontakt zu euren Kolleginnen und Kollegen und seid auch selbst beliebt. In Gesprächen über Budgets und Geld kann es allerdings um Sparmaßnahmen gehen und dann ist eure Einschätzung gefragt. Am 20. April haben wir den zweiten Neumond des Jahres im Widder, der zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist. Nur wenige Stunden später wechselt die Sonne ins Zeichen Stier. Sie weckt dann für die nächsten vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Wenn ihr verliebt seid, werdet ihr in Frühlingsgefühlen schwelgen. Außerdem könnt ihr große Fortschritte bei kreativen Arbeiten und Herzensprojekten machen. In eurem Privatleben werdet ihr wahrscheinlich viel Spaß mit euren Kindern und deren Aktivitäten haben. Allerdings kann es zu Spannungen um die Finanzierung kommen. Vielleicht möchtet ihr Geld für ein persönliches Vorhaben ausgeben oder den Kindern etwas schenken, obwohl es euer Budget übersteigt. Doch ihr dürft nun lernen, sehr bewusste Finanzentscheidungen zu treffen, denn langfristig wird Pluto durch euer Finanzhaus laufen. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr ab dem 27. März in meinem großen Video Die Macht der Freiheit über den Plutotransit für die zwölf Sternzeichen. Der Neumond am 20. April aktiviert Pluto und kann euch seine Themen in einer Meditation bewusst machen. Aktuell raten die Sterne jedenfalls davon ab, Schulden zu machen, um ein Herzensprojekt oder ein Vergnügen zu finanzieren. Gebt nur Geld für Sachen aus, die wichtig und notwendig sind und seid ansonsten lieber vorsichtig. Außerdem wird der Merkur vom 21. April bis 15. Mai rückläufig und es kann gut sein, dass ihr eine Entscheidung nochmal revidiert oder dass euch wichtige Informationen für ein Projekt fehlen. Deshalb wartet möglichst ab bis zum 15. Mai, ehe ihr wichtige Finanzentscheidungen trefft und größere Summen bewegt. In den letzten zehn Tagen im April kann es in eurem Sozialleben zu Spannungen kommen. Gespräche oder Begegnungen sind dann emotional aufgeladen, zum Beispiel wenn die Befindlichkeiten eures Gegenübers auf eure Sachlichkeit prallen. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr empathisch zuhört und akzeptiert, dass offenbar Gefühle im Spiel sind, auch wenn euch die Angelegenheit vollkommen logisch und klar erscheint. Menschen sind eben auch Gefühlswesen, besonders in diesen Tagen. Gleichzeitig kann das eine gute Zeit für Beziehungsarbeit sein. Ihr könnt euch dann über Kommunikationsprobleme in eurer Partnerschaft klar werden. Mancher Steinbock ist wahrscheinlich auch froh, in dieser Zeit im Büro zu sein, denn in der Arbeit läuft es gut. Achtet nur darauf, sorgfältige Absprachen zu treffen, denn der Merkur ist ja rückläufig. Zum Tanz in den Mai habt ihr schöne Sterne zum Feiern. Für Singles gibt es tolle Gelegenheiten zum Flirten. Wenn ihr fest liiert seid, neigt euer Schatz allerdings zur Eifersucht. Schenkt ihm Beachtung, es kann sein, dass er eine schöne Überraschung für euch hat. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Und, merkt ihr schon was von Pluto in eurem Zeichen? Oder kitzelt euch doch eher die erotische Lilith im Partnerhaus? Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich zum Thema Pluto noch einen super wichtigen Hinweis für euch. Der große neue Pluto-Transit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im April habt ihr sehr inspirierende Konstellationen. Wahrscheinlich seid ihr angeregt, über die Entwicklungen in der Welt nachzudenken und wie ihr etwas zur Verbesserung beitragen könnt. Falls ihr mit Wort und Sprache arbeitet oder in den sozialen Medien tätig seid oder auch wenn ihr als Heilerinnen oder Coaches unterwegs seid, habt ihr viele wichtige Botschaften für eure Klienten und für die ganze Welt. Deswegen schreibt alles auf oder geht damit nach draußen. Eure Meinung ist wichtig und gefragt. Auch im Job solltet ihr nicht hinterm Berg halten, wenn ihr das Potenzial für Verbesserungen erkennt oder andere gute Ideen habt, vor allem in der Zeit bis zum 20. April. Der Vollmond am 6. April auf der Widder-Vage-Achse aktiviert diese inspirierte Geisteshaltung bei euch. Wenn ihr nicht schlafen könnt, haltet ein Notizbuch bereit, um eure Ideen zu notieren oder plant gleich eine schöne Vollmond-Meditation ein. Allerdings erinnern euch die Sterne daran, dass ihr eure hohen ethischen Maßstäbe auch bei euch zu Hause anwenden solltet. Hier können die Tage vom 6. bis zum 17. April kritisch sein. Nicht, dass eure Lieben sich vernachlässigt fühlen, während ihr euch für die Verbesserung der Welt einsetzt. Vielleicht ist das Problem auch finanziell. Wenn ihr Geld, das für die Familie oder den Haushalt bestimmt war, für eure eigenen Pläne ausgebt, wird das zu Unmut führen. Über die Ostertage solltet ihr euch ein bisschen Raum für Spontanes lassen. Es sieht nach Überraschungen bei euch zu Hause aus. Vielleicht unerwarteter Besuch oder plötzliche Planänderungen. Am 11. April geht die Venus in die Zwillinge und beschert euch dann für drei Wochen heitere Stimmung für euer soziales Leben. Bis Monatsende seid ihr in der Liebe ganz entspannt nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Wenn ihr flirtet, habt ihr es nicht eilig, eine Bindung zu vertiefen, sondern wollt erstmal mit allen Sinnen genießen. Wenn ihr liiert seid, steckt ihr euren Schatz mit eurer guten Stimmung an. Schaut doch mal, dass ihr euch gemeinsam draußen in der Natur bewegt. Das verbindet und macht Lust auf anschließendes Kuscheln. Ab dem 19. April haben wir einige Tage voller intensiver Energie für euch. Am 20. April findet frühmorgens um 6.16 Uhr eine Sonnenfinsternis statt und das ist zugleich der zweite Neumond des Jahres im Widder. Und nur wenige Stunden später geht die Sonne dann in den Stier. Dabei werden die Wandlungskräfte von Pluto im Wassermann aktiviert. Wenn ihr am 19. oder 20. Januar geboren seid, achtet mal drauf, was sich euch zu diesem Neumond zeigt. Ihr werdet euch verändern und neu erfinden und das kann auch mit eurer Familie, der Wohnsituation oder Elternschaft zu tun haben. Spürt doch da zu diesem Neumond mal rein. Mehr zu diesem wichtigen Thema erfahrt ihr ab dem 27. März in meinem großen Video Die Macht der Freiheit über Pluto im Wassermann. Der Neumond eignet sich auf jeden Fall für euch, um über die Gestaltung eurer Zukunft nachzudenken. Wahrscheinlich müsst ihr im Moment noch gar nichts tun, sondern könnt das erstmal auf euch wirken lassen. Die Sterne raten sogar davon ab, direkt aktiv zu werden, denn vom 21. April bis zum 15. Mai wird der Merkur rückläufig und außerdem haben wir am 5. Mai noch eine Mondfinsternis. Diese Phase solltet ihr lieber nutzen, um euch innerlich auf neue Entwicklungen einzustellen, statt im Außen neue Dinge in die Wege zu leiten. Die letzten 10 Tage des Monats scheinen bei euch zu Hause ziemlich aufregend zu werden. Erwartet ihr Familiennachwuchs oder zieht ihr um? Vielleicht begegnet ihr jemandem, der euch dabei hilft, endlich das neue Haus oder die Wohnung zu finden, die ihr schon lange sucht. Achtet bei diesen Entwicklungen drauf, dass der Merkur ja rückläufig ist und sich Pläne nochmal ändern können. Oder möchtet ihr Hals über Kopf mit jemandem zusammenziehen, den ihr neu kennengelernt habt? In dem Fall wäre mein Tipp, die 90-Tage-Regel anzuwenden und drei Monate abzuwarten, ehe ihr jemandem den Haustürschlüssel überlasst. Es kann schon sehr prickelnd sein, aber es ist nicht sicher, ob die Person sich wirklich an euch binden will. Zum Tanz in den Mai werdet ihr aber bestimmt viel Spaß haben, wenn ihr nicht sogar bei euch zu Hause feiert. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Die neuen Energien von Meisterplanet Saturn fangen nun an, sich für euch zu entfalten. Auch Pluto rückt ins Bewusstsein und dazu habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp für euch. Der große neue Pluto-Transit durch den Wassermann hat soeben begonnen. Damit ihr euch informieren könnt, welche Kräfte der Machtplanet in eurem persönlichen Horoskop entfaltet, habe ich ein tolles neues Produkt für euch entwickelt. Das große schriftliche Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Darin erfahrt ihr auf der Basis eurer Geburtsdaten ganz ausführlich, welche großen Transformationen in den kommenden beiden Jahren für euch anstehen. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im April lenkt heiler Chiron die Aufmerksamkeit auf Themen rund um eure Finanzen oder euren Besitz. Wie viel seid ihr euch selbst wert? Der Vollmond am 6. April im harmonischen Zeichen Waage wird hier ein Schlaglicht drauf werfen. Es könnte um Verbindlichkeiten und vertragliche Themen in eurem Leben gehen, zum Beispiel Vereinbarungen mit Partnern, die euch vor die Frage stellen, ob das eurem Wertesystem entspricht und ob ihr euch damit wohlfühlt. Weil der Vollmond in die Karwoche fällt und Ostern direkt im Anschluss folgt, können an den Feiertagen solche Themen auch in eurer Familie aufkommen. Vielleicht geht es auch um eine Familienangelegenheit, über die sonst nicht gesprochen wird und die sich jetzt an die Oberfläche arbeitet. Mit Meisterschaftsplanet Saturn an eurer Seite wird es euch leichter fallen, auch mal Nein zu sagen und euch durchzusetzen. Auch bei euren Liebsten, denen ihr normalerweise um des lieben Friedens willen alles durchgehen lasst. Saturn verbindet sich bis Mitte April mit Powerplanet Mars und diese Konstellation stärkt euch den Rücken. Liebesgöttin Venus wechselt am 11. April in das luftige Zeichen Zwillinge und bringt für euch in der Zeit zwischen dem 11. und dem 17. April eine herausfordernde Phase in der Liebe. Eure Herzensmenschen überrollen euch mit ihren Wünschen und Anforderungen und ihr müsst aufpassen, dass euch das alles nicht zu viel wird. Termine, Verschieben und Verabredungen, auch mal Nein sagen, ist besser für euch, als etwas zuzusagen, was ihr nachher wieder absagen müsst, weil ihr es doch nicht schafft. Oder ihr verteilt die Aufgaben von vornherein fair und nehmt die anderen stärker in die Pflicht. Ihr seid sehr empfindsam und wenn ihr zum Beispiel krank werdet und ausfallt, dann ist auch keinem geholfen. Der 20. April ist ein Tag mit enormen kosmischen Energien. Morgens um 6.16 Uhr ist Neumond, der findet ein zweites Mal im Zeichen Widder statt. Besonders wichtig ist das, weil dieser Neumond auch eine Sonnenfinsternis ist und die Energie noch bis in den Oktober hinein wirken kann. Wisst ihr noch, was am 21. März los war bei euch? Da war der erste Neumond im Widder und Themen von vor vier Wochen können sich jetzt noch mal zeigen. Ihr könnt eine Neumond-Meditation super dafür nutzen, um da hinein zu spüren. Die Sterne raten euch dazu, euch noch mal mit eurem Selbstwert zu befassen. Eine gute Übung wäre zum Beispiel, euch vor einen Spiegel zu stellen und eurem Spiegelbild zu sagen, dass ihr nur das Beste im Leben verdient habt. Falls euch das schwerfällt, wäre es eine super Sache, so eine kleine Übung in euren Alltag zu integrieren. Nur vier Stunden nach diesem Neumond geht die Sonne in den Stier und dabei steht sie in Verbindung mit Pluto, der für euch einen sehr mystischen Transit beginnt. Deshalb notiert euch alles, was in der Neumond-Meditation an wichtigen Gedanken in euch aufsteigt. Mehr dazu erfahrt ihr ab dem 27. März in meinem Video Die Macht der Freiheit über Pluto im Wassermann für die zwölf Sternzeichen. Die aufgeheizte Widderenergie kühlt anschließend im Stier deutlich ab. Das werdet ihr sicher als angenehm empfinden. Vom 21. April bis zum 15. Mai wird Denkplanet Merkur rückläufig. Kommunikation und Absprachen könnten nun schwieriger werden als sonst. Falls sich Blockaden bilden sollten, dann braucht vielleicht das eine oder andere Projekt einfach noch ein bisschen Zeit, um sich zu entfalten. Bleibt einfach geduldig. Zum Tanz in den Mai habt ihr schöne, gesellige Konstellationen. Gutes Essen, guter Wein und gute Gespräche sind ganz nach eurem Geschmack. Natürlich könnt ihr das berühmte Beltane-Fest auch ganz mystisch gestalten. Genießt auf jeden Fall das lange Wochenende und erfreut euch an der Entschleunigung. Das waren eure Tendenzen im April. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hier kommt meine Verlosung und ein Überblick über meine Produkte und Videos, mit denen ich euch durch die großen kosmischen Übergänge begleiten möchte. Vielen Dank für euer Vertrauen beim großen Saturn-Horoskop. Ihr habt es fleißig genutzt und wir sind bei dem Ansturm der Anfragen kaum nachgekommen. Aber inzwischen haben wir alles abgearbeitet und sind nun bereit für das nächste große Produkt, nämlich das Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Darin erfahrt ihr ebenfalls über einen Zeitraum von zwei Jahren, wie sich die Wandlungskräfte von Pluto in eurem persönlichen Erleben entfalten werden. Erhältlich ist es ab dem 12. April und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Und der Gutscheincode ist Pluto23. Am 27. März geht mein großes Video über Pluto im Wassermann für die 12 Sternzeichen online und es heißt die Macht der Freiheit. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr meinen Kanal abonnieren. Am Abend desselben Tages bin ich auf Vox zu sehen und zwar in der neuen Dating-Show Make My Date um 22.20 Uhr. Und darüber können wir dann auch im nächsten Livestream am 30. April reden. Da mache ich einen kleinen Rückblick mit euch, wie das gelaufen ist. Und wir reden natürlich über die kommenden Finsternisse und noch mehr Einzelheiten von Pluto im Wassermann. Im Livestream gibt es auch wieder ein schönes Gewinnspiel und ihr könnt ein persönliches Horoskop gewinnen. Dazu meldet euch bitte aus Datenschutzgründen vorher an. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. In der Verlosung könnt ihr diesmal ein persönliches schriftliches Venus-Horoskop gewinnen. Und so nehmt ihr teil. Abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und postet mir hier einen interessanten und konstruktiven Kommentar. Schreibt mir mal, wie es euch mit Saturn in den Fischen und Pluto im Wassermann so geht. Und wenn ihr mir dann noch euer Sternzeichen und euren Aszendenten dazu verratet, dann kann ich auch ganz viel davon lernen. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und ganz wichtig, aktiviert auch das Glöckchen für die Benachrichtigung, damit ihr kein Video mehr verpasst. Empfehlen möchte ich euch natürlich mein Video über Saturn in den Fischen. Und interessant ist auch der Beitrag zum kosmischen Bewusstseinssprung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Und dann, wenn ihr euch mit den Sternen auf dem 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 Stern